Und damit moin moin und hallo zu einer Porno-Folge von Minecraft Shorts WM Spezial. Ich hoffe, TBM zockt. Der zukünftige hat im Hintergrund ein wenig Pornomusik angemacht. Denn wir werden heute in geselliger Runde mit der magischen Miesmuschel... Hey, sag mal hallo. Nein, einfach nein. ...werden wir die Spiele vom Donnerstag entscheiden. Und zwar fangen wir an um 14 Uhr. Da spielt Dänemark gegen Australien. Tja, magische Miesmuschel, wird Dänemark gewinnen? Nicht einmal im feuchten Pornotraum. Heißt also, Australien wird gewinnen, magische Miesmuschel? Eines Tages vielleicht. Tja, da würde ich sagen, das ist doch eindeutig. Australien gewinnt, Dänemark verliert. Weiter geht's um 17 Uhr mit Frankreich gegen Peru. Oh, magische Miesmuschel. Hat Frankreich den Titel sicher? Unter keinen Umständen. Ich glaube, unsere magische Miesmuschel ist ein wenig Frankreich-Hasser. Nebenbei mag sie auch Deutschland nicht, haben wir ja rausgefunden. Wie sieht's aus, magische Miesmuschel? Wird denn Peru gewinnen? Das sag ich dir morgen. Tja, damit ist es klar. Peru wird morgen gewinnen. Das heißt, letztes Spiel für heute. Argentinien gegen Kroatien. Oh, 20 Uhr. Das ist die Zeit, wo man normalerweise ins Bett geht, wenn man klein ist. Aber wir sind schon groß, wir dürfen aufbleiben. Heißt, magische Miesmuschel. Bitte sag mir. Wer wird gewinnen? Wird Argentinien gewinnen? Auf keinen Fall. Das heißt, Kroatien wird ihn reinmachen. Was sonst? Tja, damit ist auch dieser Tag abgeschlossen. Unsere magische Miesmuschel, der Experte, hat gesagt, Kroatien gewinnt das Spiel um 20 Uhr. Damit verabschiede ich mich. Ich sage tschüss bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. ... Bis zum nächsten Mal.